Wenn wir mit unserem Motorrad auf Tour sind, dann sind gut passende Stiefel unerlässlich und hier kommt der Elevate Metamorphosis ins Spiel, denn hier haben wir einen sehr ausgeklügelten Verschlussmechanismus, der einfach eine perfekte Passform zur Folge hat und ich würde sagen, wir schauen ihn uns einmal an. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorradhelme und natürlich auch Motorradbekleidung begrüßen und zwar in diesem Fall mit dem Elevate Metamorphosis, vollständiger Name wäre sogar Metamorphosis WP für Waterproof. Das heißt also, wir haben hier die E-Dry Beschichtung drauf, was unseren Stiefel wasserfest und damit auch besonders tourentauglich macht. Wir haben hier ein Microfiber Obermaterial mit einer sehr guten Abriebfestigkeit, was ideal ist für einen Tourenstiefel und ganz ehrlich, der ist so anpassungsfähig, der passt zu so ziemlich jedem Motorrad und jedem Outfit, was ihr wählen könnt. Aber gerade bei Touren kann er besonders punkten, denn da spielt er seine Stärken aus und die schauen wir uns jetzt einmal an im Hinblick auf den Verschlussmechanismus. Hier der Velcro-Klett und wenn wir links drehen, dann können wir es einmal hier aufmachen, können dann in unseren Stiefel einsteigen und dann können wir, wenn wir dann eingestiegen sind, können wir hier einfach drehen, 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 bis es eben für unser Bein, für unseren Fuß passt und dann machen wir wieder den Klett zu und haben dann eben die gute Passform. Natürlich diese Nylonschnüre, die wir hier hinten dann sehen, ich hoffe man kann das richtig erkennen, die gehen komplett um den Knöchelbereich drum zu und wir sehen die hier vorne wieder. Das heißt also, das zieht dann den kompletten Schuh perfekt auf unsere Größe zusammen, was sehr, sehr cool ist. Flexibilität trotzdem natürlich gewährleistet. Hier ein guter Grip, eine relativ feine Sohle noch, also eher für den Straßenbereich auch gedacht, sonst wäre er auch wahrscheinlich noch höher und klobiger, aber wir knicken hier nicht um. Wir haben hier den verstärkten Zähnenbereich und auch die verstärkte Ferse. Das passt also wunderbar, schöner Tourenstiefel. Im Inneren des Schuhs haben wir hier noch ein Mesh-Gewebe, das sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber es ist dafür da, dass gerade bei heißen Temperaturen die Feuchtigkeit von unserem Fuß, von unserem Bein vernünftig abgeleitet wird, damit wir nicht so Schweißfüße kriegen. Das ist der Elevate Metamorphosis WP, Waterproof. Und wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorhatsorgung. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao. Ciao.